ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown mit mailman gleich letztes rumble match in diesem durchlauf ja 39.000 fast 40.000 gegen die american alcoholics in 20 minuten habe ich jetzt noch zeit und sind platz 108 aktuell wieder knapp an der top 100 momentan ich weiß ich glaube nicht dass wir acht plätze nach oben rutschen durch dieses match ich weiß es nicht es wäre natürlich mega nice ach du heilige 15er bände oh mein gott nein 15er bände guck hier friss oh nein das ist doch der meiste gut oder das weiß ich nicht ich hab da noch nicht drauf nein nein verdammt egal also ich mache jetzt hier ein dummy fight that guy should be destroyed so der typ ist dann auch mal weg dann gucken wir mal peter hä hä da hat nicht gekämpft maxi peri hat dann gekämpft so 79 leider nur oh gott schon lieber gleich ja der hat gleich ganz gute start und klappt ähm ja 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 jetzt kommen die ausreden nö das schon keine ausreden jetzt kommen die ausreden an den start so aber auf jeden fall haben wir die 40k schon mal geknappt gegen die juhu 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 weiter geht's dennis vd ein ich soll nun ansagen dass er noch eine glatte 100 holst mhm es könnte gut möglich sein wenn ich den charakter schon sehe auf dem wir ja 56 ach Gott oh mein Gott allein wenn man das sieht ein crackmeier kommt eine karte aufsfeld kommt eine karte aufsfeld kommt eine karte aufsfeld oh mein Gott ein grüner quackmeier und jetzt so ein schöner auch jetzt so ein luis oh mein Gott wer spielt denn bitte nur luis ja luis macht ja luis in epic ja sorry luis macht ja was spielt denn nur noch müßig ist so wenn du mal luis sagst aber wer hat denn alles eine luis in mythic ähm viele ja sehr viele haben eine luis in mythic jawoll ne die luis geht schon klar ja aber aber weg mal ja aber ich meine als erstes wann habe ich jetzt mal eine epic luis gewählt ja gibt's oft genug nein doch nein wann habe ich jetzt mal eine luis gewählt in epic oft genug ich nicht nein so also weiß ich wie oft du eine luis siehst ich sehe die fast nicht ja dann merkt man das ich scheinbar mehr spiele als du ähm du spielst Arenakämpfe da sehe ich natürlich keine luis mehr bei den Arenakämpfen da oben so ähm boah das reicht aber das reicht das reicht squirrel of death oder squirrel death das reicht so nochmal was ist denn das ein jean ein jean ein jean in grün ein jean in grün ein jean ein jean ach du heilige planet express schiff wir haben gleich die 41 karen knapp planet express schiff das letzte mal war angesprochen jetzt sieht man es viel öfter gell ja irgendwie wundert mich das aber gut ja vor allem dass wir naja auf dem niveau da überhaupt gegen sowas naja okay also aber was willst du machen ähm ich hab ja gar keine chance ach das ist ja sie ist ja 40 gegen 15 oder was sie gemacht haben aber uns würde es in etwa genauso gehen wenn wir gegen eine top 10 gilde kämpfen würden dann würden die 40 machen und wir 15 oder so insofern geht das alles klar ähm so jetzt schauen wir mal es gibt jetzt verschiedene optionen ich mach jetzt diese ich bin mona i am mona gegen den explorer und und dann bitte kein 100 dann bitte kein 100 bürgermaskottchen bitte kein 100 ne das wird doch keine 100 das wär ziemlich cool das wär ziemlich cool das wär ziemlich cool siehst du dass das keine 100 wird vielleicht 98 oder so ja 99 was hast du dir bis jetzt so geholt äh ich glaub zweimal 100 einmal 99 einmal diese 78 oder was oder 86 oder was das waren oder 80 was weiß ich was weiß ich ähm weiter geht's noch 6 matches und 14 minuten und gleich haben wir die 41k geholt gegen die american alcoholics ja gilde 2 hat jetzt im letzten match ein bisschen pech gehabt die haben jetzt als gegner der next train gehabt und viele von euch werden die gilde wahrscheinlich kennen da kann gilde 2 nicht viel gegen ausrichten wobei man sagen muss dafür haben sich relativ wacker geschlagen sind nun sind tatsächlich nur ein paar tausend punkte unterschied ähm roger marmalade philip j fry und dann haben wir hier den bob 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 dann soll du wieder glatt ohne das ja natürlich was heißt denn hier ja natürlich ich hoffe dass du keine glatt ohne tust so gegen knife fights dewey so den haben wir weg mit marmalade am start ist das eigentlich jetzt nicht so wirklich schwierig geile combo ja ich habe ja jetzt gestern durch das pack opening meinen zweiten roger quad fusing können jetzt habe ich zwei quad fused rogers ich überlege dass ich damals früher immer gesagt habe die schissendste legendary karte die es überhaupt gibt bei roger ja roger ja ich weiß die war aber auch wirklich schlecht ich weiß die war mal richtig schlecht die hat glaube ich nur 4 attack damage gehabt und 19 neben ja nicht nur das auch die ganzen kombos damals waren nicht wirklich der brüller gewesen und heutzutage ist das deine lieblingskarte nö das kann man so nicht sagen kann sich sagen dass es eine meiner lieblingskarten ist aber sie tut schon ganz schön weh ich weiß und leute wisst ihr welche waffe er gleich lieblingswaffe in fortnite ist ja mach ich mich heutzutage noch drüber lustig weil es war ich weiß nicht das stimmte war vor 2 vor 2 monaten oder so war noch seine lieblingswaffe die minigun von was wurdest du gestern zerlegt von was wurdest du gestern zerlegt ich möchte nur gerne mal wissen als als wir gelandet sind womit womit wurdest du getötet du hast noch maschinen bist du mit einer drum gun nein du wurdest mit der minigun kill ich wurde mit der drum gun gekillt nein ich wurde mit der drum gun gekillt von dem einen wurdest du mit der drum gun angegriffen und der andere hat ich mit der minigun platt gemacht das war ja nicht so schwer ich hatte noch 4 hp gehabt scheißegal die minigun hat dich gekillt und du machst dich lustig drüber ja die minigun brauche ich lustig drüber so wie viele leute gibt es die mit der minigun einfach nur durchrasieren und das ist so schlimm diese waffe soll aus dem game genommen werden das problem an der minigun ist halt einfach nur dass erstens kannst du nicht zielen aber auf die distanz ist es dann auch wirklich nicht schwer wenn er direkt vor dir steht ich habe mir ein clip angeguckt und warte mal ganz kurz und natürlich die anlaufzeit bis das ding überhaupt erstmal schießt das ist halt die kacke ich habe mir ein clip angeguckt von einem hacker der ein aimbot drin hatte und der minigun geschossen hat jeden schuss getroffen hat nein doch das war so krass das ist natürlich bitter weißt du da ist die minigun richtig krass der hat jeden schuss getroffen jeden schuss bei der minigun der hat kurz rausgeguckt und er war tot weil er mit der minigun so schnell dauerung sprayt wurde 1 2 3 4 5 6 mit einer glatten 100 besiegt wir sind hier bei throwdown wir müssen nicht in jedem video von fort die leute die leute gucken sich das video an wegen wegen so da und ich habe ja das gameplay da wir können ja nur über ein thema reden minigun nein müssen wir nicht und in meinen fordern videos rede ich auch manchmal über anime wandern ja in den streams weil die leute dich fragen ja und ja so ja und ich frag mich also peter die leute gucken aber das video nicht wegen fort so dann haben wir jetzt 37 so furz schule hochbegabte mfc demon 2010 und hipster donald jetzt erst mal der push von der seite mit der lila und jetzt könnten wir den sack zu machen genau 22 schaden das reicht mit oktoberfest lila kaum kann ich mehr über fort nach reden dann geht er raus fort nach 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 So, weiter geht's. Z.J.J.N.E. Twerking. 91 Leben. Das ist ein 15er. 14er? 13er Brian hat einen neuen Schlägen. Okay. Jetzt hätten wir natürlich diverse Möglichkeiten. Wir könnten hier auch Ben das Wirkens machen, aber das mache ich nicht. Ich mache jetzt hier gleich mal die Roboterverbindung. Krippelt dann sowieso alles runter und wird den gleich zum Großteil zerstört haben. Dann haben wir gegen das Arcturianische Kung Fu die Flügelmutter Lila am Start. Und ja, jetzt noch der Tina. Und Tina Tecker. Das war noch ein Match. Dann sind wir auch hier mit durch. 96 geholt. Ich guck mal eben das was nach. 41,252. So, David Webb 112. Furzkurs oder Yacht Club oder das, 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 das. Komm, wir fangen jetzt mal an mit der Lila. Dann könnten wir theoretisch da hinten die Snodged Rocket noch draufballern. 8, 29, 37 Schaden. Komm, wir geben Vollgas. Wo war das denn? Wir geben Vollgas. So, Arcturianisches Kung Fu. Und jetzt ist das Match auch schon vorbei. Das wird jetzt keine glatte 100 werden. Das geht mir gerade auf die Nerven. 85. Ich schicke nicht, wann es war. So, 50 geholt. Ja, ähm, schauen wir doch mal ganz kurz in die Rangliste rein. Na, die haben wir wirklich. 36 von denen haben wir kämpft. Stärkste war hier Top Deck. Hä? Frankensee und Cuddly. Jeweils eine glatte 1000. Congrats, Leute. Wahnsinnsleistung. Nero, 996. E-Fiop, 996. Dightronic, 996. Dreimal, 996. Bounty, 92, 906. Reverend, 91, 91. Dennis, 91, 986. Abdem, 96, 986. Natty, Nate. 94, 986. Ah, 92, 986. Robert, 91, 986. Stromi, Teclis, Chris, Krankus, Tomek, Krabby, The King. Ja, 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 Tulares, Michael, Oli Zet, Kings, Crow, Ulrike, Grumelli, Gecko, Mimo, Der Pate, Junkhead, Topdass, Manuel K., Jojo, Sonja, Ernst K., Thomas Cookie, Apokalyptica, Marlene, Spider, ja, ich habe ja ein bisschen mehr. Casey Remington, Seshumaru, Big, Big, Barney, Gamerguy und Henny. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown. Mit mir, die man gleich macht's gut, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.